Hier ist jetzt die berühmte Place de Verdun. Da geht die Tour de France los. Da ist natürlich alles schon gesperrt. Hier auf der Fläche müsste es losgehen. Da steht es auch schon drin. Da ist der große Sammelplatz. Hier kann man klar Fahrräder abstellen, aber auch nur gegen Gebühr. Das ist ein altes Militärgelände. Und dahinter ist Pau. So, das ist jetzt der berühmte Platz. Und so wie es sein soll, ich habe natürlich einen Platzfuß. Das ist ja mein Place de Verdun. Und hier geht der Übermorgen für die Tour los. Was soll ich sagen? Wenn man pünktlich sein soll, fängt es an zu regnen. Ich hasse das alles. Und in einer Woche soll es ja wieder schönes Wetter sein. Also, hier nochmal einen Umblick.